von hier aus können wir dann auch ganz gut zu den anderen beiden bereichen und darum ist noch mal etwas aber das sieht eher aus wie ein wieder wie ein gnomenbau so ich denke mal wir können jetzt hier zu machen mit dem holz was wir so bekommen haben und hier auch naja und die barrikade jetzt habe ich die gnome ausgesperrt da kommt ich lasse euch wieder rein müsst ihr euch halt euer leben mit der gruft tja zwerge nehmen halt keine rücksicht auf andere völker so so jetzt macht jeder platt und heute die tafel so was steht hier drauf hoffentlich ich habe fünf ruhenkristall gefunden hoffentlich finden wir auf dieser tafel die gesuchten antworten der forschungsleiter hat das unmögliche möglich gemacht irgendwie ist es ihm gelungen die energie der ruhenkristalle auf knochen zu übertragen mit dem verdienst energie konnten sich die knochen wieder bewegen er hat die toten wieder zum leben erweckt solange die aktive die skate aktiv bleiben werden sie von den ruhenkristallen mit energie versorgt schalten sie schaltet sie also nicht aus täten wir das könnte unsere ganze arbeit umsonst gewesen sein also müssen wir sie nur ausschalten was soll daran kompliziert sein so jetzt haben wir die informationen die wir brauchten jetzt müssen wir nur noch alle ruhenkristalle finden und sie ausschalten wenn wir wissen möchten warum dieser forscher so viel angst hatte sollten wir weitere tafeln suchen ich werde das ist hier davon noch mehr gibt gut ja von hier aus kommen wir ganz locker hier üben rein und auch nach da drüben weiter sobald mein teleporter wieder aufgeladen ist wo ist mein zweiter berg arbeite das muss ja unbedingt passieren ernsthaft wo bist du du schnackst mit dem könig rum so dass da hätte ich ja gerne mal zugemacht und dann kann ich auch gleich das loch hier im boden stopfen so damit das nicht mehr nervt ach ein paar maulwürfe und hey steine auch wenn es übertrieben ist das gesamte militär zu entsenden um ein paar maulwürfe auszurotten und ihr habt hier gold und silber und alles tut mir leid aber ihr müsst hier leider ausziehen also muss ich euch hier leider rausschmeißen da ist noch ein maulwürfe gebiet ja ich lasse wenigstens die gnome hier am leben die hier haben leider rohstoffe zu bewachen die ich gerne hätte und da es hier eh nur gnome gibt könnte ich mich theoretisch hier rüber buddeln und ne mach ich nicht ich bring erstmal meine militär wieder nach hause und sollte das eigentlich noch ein bisschen trainieren lassen wo hab ich jetzt viel holz da sieht man mal was besseren holzpflanzen einem so bringen so das ist sicherlich wieder ein dreier cluster also wird der auch gleich ausgegraben und ich könnte hier den fußboden fertig machen und einer von euch hat hunger dann geht mal essen bevor ihr mich hier verhungert so ja jetzt sieht das langsam schon mal etwas heimlicher aus hier das wohnzimmer jedenfalls und du wirst jetzt ein forscher dann wirst du ein forscher und zum schluss wirst du ein forscher so ihr könnt wieder an die arbeit gehen dann gucke ich erst einmal dass ich hier drüben alles zu mache auf der schlafzimmer seite und dann die farm mich um die farm seite kümmere ja natürlich wird es dann helfen wenn alles etwas günstiger ist wenn ich die doppelte anzahl von blöcken platzieren kann oh hier wäre eisen und ja ich habe es ja gesagt stein kriegen wir wieder zu genüge so du würdest mal da lang und jetzt nach unten noch eins nach unten hier ist wieder ein kleiner cluster und da ist eine malwurfs höhle eigentlich so wie das aussieht aber voll mit ressourcen vor allem mit gold wobei wir jetzt ziemlich gut wieder aussehen was gold angeht also lassen wir den ort mal in frieden so noch sieben punkt sechs punkte wie viel kostet 50 100 tourmalinen kosten genau 1000 gold nein das gold hebe ich mir lieber auf für training so für mehr brauche ich mein eisen nämlich ja auch nicht zurzeit jetzt muss der schlafen ich glaube es nicht na egal ja hier gibt es halt wirklich viel wieder noch eine ganze menge gold und so aber im augenblick ist uns das nicht so wichtig wichtig ist eher dass wir weiter runter kommen und die räume hier alle noch aufdecken uns fehlen ja immerhin noch sieben tafeln so das heißt theoretisch müsste ich hier den raum etwas größer machen und hier eine vorgelagerte basis hinsetzen also ein außenposten eigentlich aber ich denke mal nicht dass das jetzt nötig ist der weg ist ja nicht so weit und ich habe mich um ein block verkalkuliert ich will erstmal hier drüben alles aufdecken da unten dran komme ich von hier aus wenn ich mich da weiter buddelt gucken wir während des maronen kalibrierung des todes rekalibrierung des todes die rohen kristalle wurden also entgegen ihres ursprünglichen verswendungszwecks ausgerichtet anfangs konnten sie natürlich energie aufnehmen die dann zur wachstumsverbesserung von fellfrüchten bäumen eingesetzt wurde deshalb erscheinen sie eine art negative energie auf eine art negative energie aufzusaugen die tote kreaturen wieder zurück ins leben bringt um diesen effekt zu beenden und all diese toten aus ihrer versklavung zu befreien müssen wir alle fünf rohen kristalle finden und mit ihnen interagieren die rohen kristalle können in den räumen eines einst gewaltigen gebäudes gefunden werden wir müssen ihnen wir müssen nach ihnen graben und sie alle finden um diese schrecklich diesem schrecklichen dingen ein ende zu setzen oh hier gibt es steine auf dem weg schon wieder ein nebenbei wir können jetzt eigentlich auch die guten forschungstische schon wieder ein gnomen hort der daran glauben muss aber ein gnomen hort mit titan und marmor tut mir leid aber wir müssen dein reich aniquitieren so ne wir wollen an dein marmor ran wir wollen an dein gold ran und wir wollen an dein titan ran oder dein platin du kannst ruhig wieder nach hier oben trainieren so währenddessen schließe ich hier mal ok dann hole ich euch gleich auch gleich das platin so